Ich möchte sozusagen Mut aussprechen dafür, dorthin zu schauen, wo man vielleicht manchmal eher so ein bisschen wegschaut, weil man irgendwie das Gefühl hat oder man merkt, das ist ein bisschen außerhalb der Komfortzone, da könnte Widerstand kommen oder da könnte irgendwer beleidigt sein oder diese Sachen. Und viele Führungskräfte kommen aus dieser Ecke, das drüberfahren etc., aber es gibt auch ganz viele andere, die eher mit diesen Themen ein Thema haben. Und da kann man nur sagen, generell Mut dazu, dorthin zu schauen, wo man vielleicht im Zweifel lieber ein bisschen wegschauen würde, weil genau dort die Lernmöglichkeiten liegen, weil genau dort sich auch ein bisschen deine Schwächen verstecken, die du dann aber umwandeln kannst in Möglichkeiten und Erfolg am Ende des Tages.